Mit unserer Veranstaltungsreihe, dem DigiStammtisch, wollen wir den Tiroler Unternehmerinnen und Unternehmen die Möglichkeit geben, sich gerade zu dem sehr wichtigen Thema Digitalisierung auszutauschen. Also die Firma Grissemann ist in ihrer Gesamtheit ein Vorreiter in ganz, ganz vielen Bereichen und speziell auch im Bereich des E-Commerce oder im Bereich der Digitalisierung. Sie haben auch den Matthias, den ersten Tiroler E-Commerce-Lehrling, das freut mich besonders. Wir versuchen uns auf die sich verändernde Welt einzustellen und das ist halt einmal ein großes Thema, die Digitalisierung und darum versuchen wir unser Geschäftsmodell, unsere Prozesse und auch unser Unternehmen insgesamt darauf einzustellen und uns auf die Veränderungen vorzubereiten. E-Commerce ist ein Thema, das Zukunft hat und wo man einfach gut ausgebildete Leute brauchen. Am Markt findet man diese nicht, am Arbeitsmarkt, und darum bildet man sie nun selber aus. Also zum Beispiel bin ich zuständig für Produkte, Produkte, Bilder, Artikel im Shop hinzufügen, neue Inhalte auf den Shop bringen, in den Shop warten und das sind eigentlich meine Hauptaufgabenbereiche. Nebenbei mache ich auch nur Social Media, das heißt Facebook, Instagram finde ich, also mache die Post auch ein, macht auch relativ viel Spass und ist abwechslungsreich. Die meisten sind, wenn ich das erkläre, ziemlich positiv gestimmt, weil das halt das Thema für die Zukunft ist und deswegen eigentlich die Reaktion meistens positiv.